Jan C. Behrens ist ein deutscher Historiker. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Zeitgeschichte Osteuropas, Stadtgeschichte, europäische Diktaturen sowie Gewaltforschung. Seit April 2011 ist er am Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Projektleiter des internationalen Forschungsnetzwerkes Violence and State Legitimacy in Late Socialism. Das im Rahmen des Paktes für Forschung und Innovation 2011 bis 2015 durch die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz gefördert wurde. Leben Nach dem Studium der Geschichte, Literaturwissenschaft und Philosophie an der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin, der University of Wisconsin und der Moskauer Lomonosov-Universität promovierte Jan C. Behrens an der Universität Potsdam mit dem Thema Die erfundene Freundschaft Propaganda für die Sowjetunion in Polen und in der DDR. Von 2005 bis 2011 arbeitete er als Historiker am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Seit 2005 ist er Lehrbeauftragter für neueste und osteuropäische Geschichte an der Freien Universität Berlin sowie der Humboldt-Universität zu Berlin. 2007 war Behrens Fedor-Lünen-Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der University of Chicago. Jan C. Behrens ist mit zahlreichen Aufsätzen zu Fragen von Propaganda und Öffentlichkeit in der Diktatur, zur Legitimation von Staatlichkeit im 20. Jahrhundert, zum Metropolenvergleich und zu physischer Gewalt hervorgetreten. Seit 2014 beschäftigt er sich in zahlreichen Publikationen mit dem Krieg in der Ukraine und der Krise des russischen Staates. Behrens ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, der Association for Slavik, East European and Eurasian Studies und des Deutschen Historikerverbandes, Publikationen. Als Autor die erfundene Freundschaft Propaganda für die Sowjetunion in Polen und in der DDR Bölau, Köln, Weimar, Wien 2006 ISBN 3-412-23005-7 Moskau und Chicago als Metropolen der moderne, sozialer Konflikt und gesellschaftliche Integration 1870-1914 WZB Berlin 2007 Politische Führung in der Diktatur In Aus Politik und Zeitgeschichte 2. März 2010 Diktatur Moderne Gewaltherrschaft zwischen Leviathan und Behemoth In Dokjibidee Zeitgeschichte 2012 Als Herausgeber mit Gabor T. Rittersporn und Malte Rolf Sphären von Öffentlichkeit in Gesellschaften sowjetischen Typs Zwischen parteistaatlicher Selbstinszenierung und kirchlichen Gegenwelten Peter Lang Frankfurt am Main 2003 Mit Thomas Lindenberger und Patrice G. Pautrus Fremde und Fremdsein in der DDR Zu historischen Ursachen der Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland Metropol Berlin 2003 Berlin 2003 mit Afon Rees-Balas Apo und Polly Jones The Leader Kalt in Communist Dictatorships Stalin and the Eastern Block Palgrave Basingstuck New York 2004 mit Apat von Klimo und Patrice G. Pautrus Anti-Amerikanismus im 20. Jahrhundert Studien zu West- und Osteuropa Dietz Bonn 2005 mit Martin Kohlrausch Racist to Modernity Metropolitan Aspirations in Eastern Europe 1890 bis 1940 Central European University Press Budapest New York 2014 mit Thomas Lindenberger Underground Publishing in the Public Sphere Transnational Perspectives LIT Fien 2014 mit Vera Dubina und Andrei Sorokin Post-Nefnaya Zissen P.R.I. Socialisme Nemecki I.R.O.S.Y.S.K.I.P.O.T. Show D.R.O.S.S.P.E.N. Moskau 2015 Nationalities Papers 43 5 Special Issues What violence and the military during late socialism in transition